anrufen der sie bekommen zu einer neuen Runde der Wiener 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 alles gut bei dir Raphael ja alles gut so, der Dominik ist auch wieder dabei, Raphael dabei, alle wunderbar Junge, du rätst mich auch! Das ist gar nicht so eine Stimme doch! Ich heule, ich heule, ich heule vom Urborek, recht herzlichen Dank dafür so, es geht los jetzt, gleich ich heule ist gut alle wieder ein Punkt der uns nicht so fehlt, zum Klassenerhalt also alle wieder heiß sein, alle wieder Gas geben das war mal eine gute Ansprache von Raphael muss ich ganz ehrlich sagen das hat er, der hat das sehr gut gemacht der könnte dich bald ablösen er hat das schon sehr, sehr gut drauf der hat mich persönlich angesprochen ja ja gut nehmen wir das mal so hin, he so, um meine Stimme zu wechseln hat das ganz gut geklappt boah, Er hat mir da erstmal schön in der Warenlerei geschossen, ne Heimspiel, endlich mal wie in Heimspiel in der Spiel, wir haben auch noch einen Auswertsdruck oh, da steht gar keine Ahnung, schön jetzt auch noch auch noch hochgespielt, der Ball über die rechte Seite direkt mal früh im Spiel 50 Sekunden sind gespielt jetzt kommt die Flanke in den Rücken der Verteidigung, aber Bunga Bunga macht noch nichts oh, Baller jetzt geht's ganz schnell in die andere Richtung Grätsche kommt, wieder aufgepasst Bunga Granado Bunga Bunga Bunga, Mann, wo rennst du hin? oh was, was hab ich gemacht? ich hab' zu schräg glauben, du bist da reingegrät guck mal pfff das war nichts was macht das Novovici wieder, der hat wieder gepennt, hat der er muss erstmal noch seine, äh, Ansage verarbeiten was hat der, vielleicht wird der bitte die Ansage jetzt heutiger machen mann, der hat wieder eine Ballbehandlung, äh von einer Mülltüte, äh vom 1 war ja auch nicht schlecht ja, da da war hat der mal ab und zu mal reich das war noch glorreiche Zeiten spiel doch einfach mal die Pille, ey so, jetzt ist die Abwehr zur Stelle nicht du, sondern er wieder, ey der leugterweise nicht in der Balachei runter, ey Berndt Berndt Susek Susek ist bei uns im Tor oh, der letzte mal den Ball durch, Bunga Bunga oh, das war nicht echt gemacht, Bunga Bunga, jetzt war eine neunminute ahhh, Granado oh, scheiße, war nix der schießt mich was an, ey oh, jetzt nur wo ich nee, geht nicht an den Ball Bunga noch seit ja, der ist automatisch hingegen ah, der ist automatisch hingegen ah wo bei uns drauf oh oh oh, der war nicht hier gespielt, in Richtung Bunga Bunga, jetzt kommt es nicht durch nein nein trifft er gar nicht richtig rutscht über den schlappen nach 13 Minuten und 18 Sekunden boah 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 mann no meter onkel ah, das machen sie rigoros klären den Ball oder auch nicht da sind sie wieder hinten drin der Levy Boy, ey der Louis ne ach, stark nein oh, der ist gar nicht mehr dabei da ist Nutzki oh, gut und wir hinten, oh, der lange Ball da vorne, jetzt sind wir zwei gegen zwei na, kommt dann nochmal dran so, wo will ich komm jetzt springt wieder hoch, kommt nicht an den Ball zu klein in diesem Moment oh, der war nicht recht und dann nimmt er den falschen mit, ey der war nicht recht gespielt oh, das war schön gemacht oh, der war wirklich gut gespielt Reus, Reus ein Ball oh, nein oh, nein ein Tor aber 21 Minuten mei der war schon geht zu spät anstatt er den wegschlägt, ey er musste nur wegschlagen hey, er ist Rodriguez Adetico FC geht in Führung ah, nee, rei du Mingli er komm, drück weg ah, du hessest ja kack, Ball, ey mach ich jetzt erstmal den Ausgleich, würde ich sagen boah mit Einkündigung, fast, ey Boh, das wäre wohl ne Aktion gewesen oh, jetzt sind die aber nicht ganz auf der Höhe Bunga jah, ja, bitte ja bitte so, du hast ihn in einmen Letzten Pass gefordert da ist das wichtig, 1-1 Du hattest ihn in den einen letzten Pass gefordert, jetzt hast du ihn. Da mit, boah, mit Ausnerrüst, ey. Die sind nicht mehr ganz da, die sind nicht mehr ganz auf der Höhe. Ich bin selber erstaunt von diesem Eigentor, anscheinend. Aber das ging ranzfarrt, schnell ist man wieder zurück und das ist jetzt wieder eine unserer Stärken, die uns hier in Lega 5 zum Klassenerhalt bringen kann. Niemals aufgeben, das ist unser Motto. Und hier nochmal das Tor von Bunga Bunga in der Zeitlupe. Hat er den vielleicht sogar mit dem Piekel reingemacht? Ne, der hat den mit dem Mausenriss. Ja, boah, ist nur wichtig, das macht er gut, löst sich hier, wunderbar, aber dann verdient er den Ball. Und es gibt wieder einen Kontergegensuch von den Gästen, der Ball landet beim Keeper, ach, was macht er denn da? Und Reus. Ohne eine, da steht alle wieder, wieder in die Ecke reingedrängt. Meine, und bitte nochmal, und der nochmal die andere Seite und die ist komplett frei, Ball über links, das ist Novowitsch, der ist schnell, der ist schnell, das weiß man. Jawohl, setzt sich durch. Granado ist in der Mitte, warte auf die Flanke. Granado ist, nein. Der kann einfach die Kopfhörer nicht, der ist, äh, was, ging so zu mir, 10 Meter höher, ey. Oh, du Scheiß, einfach mal ausgespielt, ganz, ganz trocken. 2-1. 30-30. Kann nicht wahr sein, ey. Hä, der Torhüter war sogar dran. Ne, der war nicht dran. Doch, der war dran. Nein, der war da überhaupt nicht dran. Mein, und der war der Linksverteidiger, oder der Rechtsverteidiger-Pend, da, war der da dran. Mein schon. Bitte. Ne, sah nur so aus, war ja auf einmal so stark nach unten flog. Ja komm, mach weg, so schön ist das nicht, ey. Schönes Tor. 30 Minuten und 30 Sekunden gespielt. Ist das tödlich. Oh. Boah. Nein. Wir melden uns immer direkt wieder zu Wort. Jetzt nochmal, Granado, komm jetzt, Ecke. Wunderbar. Mann, an allen vorbei, ey. An Freund und Feind. Vorbei. Flanke nochmal, ach, der ist ja voll im Abseits. Schön angeköpft, und. Tor, der ist drin. So, wo wird ja getroffen. Guck mal, der steht ja schön im Abseits. Oh, direkt nach dem Anstoß, da ist Granado ja brandgefährlich. Zweimal schon. Zwei Mal schon. Boah. Die Bälle kommen nicht gut, die kommen nicht wirklich gut. Der kam, der kam gut. Wir, die hohen Bälle. Na, komm, Spiel. Jawohl. Den Granado, den haben sie noch nicht im Griff. Boah. Nein. Warte, du, Lois. Der ist richtig heiß auf diese Partie. Super gemacht. Tolle Aktion, Snubovic. Schiet da jetzt. Ach, nee, Granado. Hat den Ball. Ach, ey. Alle gehen nochmal dazwischen. Bunga. Jetzt wird sie nochmal hektisch. Im Stadion. Snubovic. Was für eine Ballmitnahme. Aber dann bleibt der hängen. Und leitet jeder den Kiel. Schöner Pass. Ein. Das war ein schöner Pass. War mehr, wa? Snubovic leitet die wieder Gegenzug ein. Für. Die. Gäste. Schön. Jetzt geht der nochmal durch die Mitte. Granado. Letzt sich hier nicht aufhalten. Letzt sich hier nicht aufhalten. Boah. Was ist denn los mit dem? Und das Bunga. 70 gewonnener Kupferduellen. Springen plus zwei, ey. Immer wichtig. Immer wichtig. Wenn er so lange die Leistung kriegt, ist alles gut. Springen plus zwei und der kann doch sowieso schon so gut springen, ey. Jetzt geht nochmal nach vorne. Aber das steht doch gar keiner. Der will eh stehen müssen. Mann, geht doch hoch. Aber von dem sieht man eigentlich nichts mehr im Moment. Außer paar Konter, aber... Der Granado, der wird sich hier heute den Tor verdienen. So, das war das Springen schon mal. Pfff. Jetzt. Schnell gespielt, Bunga. Hier nochmal. Marat. Mein. Hmm. Ich hab was gemacht. Der schwache Fuß. Entfernt trifft er gar nicht richtig, ey. Aber die Richtung stimmte schon mal. Er hat er viel zu weit unten getroffen. Komm, leg mir nochmal so einen schönen auf. Ich bin ja ganz alleine wieder. Ey, und dann spielt der Schiri noch mit. Was ist denn das? Ich glaub noch, dass wir die Partie drehen können. Und Punkt wäre jetzt erstmal wichtig für uns. Aber ich denke, dass wir die Partie hier noch drehen können. Auch wenn es hier 2-1 steht. Ihr Blick von oben ist wieder schön. Schön Stadion. Reis Dominguez, der Matchwinner für die. Bis jetzt. Bis jetzt. Hat den zumindest ein Tor geschenkt, was nicht hätte sein müssen. Und dann nimmt er wieder die Uhr zur Hilfe. So, drück. 45 Minuten. FC2. Nochmal volle Konzentration. Ein Punkt muss das Ziel sein. Oh, Szymbowitsch letztlich da wieder. Verlade. Oh, das ist nicht mal. Der Rorsch ist erstmal ins Fangnetz. Was ist ein Fangnetz? Wir haben kein Fangnetz. Also, die Zuschauer kriegen uns einfach gegen den BNN, dann? Nein, England, Christian, direkt gegen den BNN. Oh, ey, das ist doch nicht. Oh, mach ich die Spieler nicht. Wo jetzt krieg ich den? Oh, schön gemacht. Oh, macht der Reus gut. Oh, es geht immer noch mal eine Mitte gespielt. Aber es geht erst nochmal, wie ich hier nach vorne. So, aus Novowitsch. Das muss doch. Der steht natürlich neben sich. Ich dachte, das andere Tor würde ihm mal helfen, so ein bisschen. Oh, jetzt läuft der. Der hat da mal ein bisschen Platz. Oh, der Ball direkt wieder weg. Wieder nochmal sicher. Oh, je, 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 je. Ah, den spielt er auch. So, der Schmerz. Oh, nee. Bei der Scheiße am Fuß. Ja, der ist ziemlich nochmal aufgetucht, nochmal hoch. Boah. 52. Minute, ey. So eine Riesenmöglichkeit. Und dann so eine Scheißballernahme wieder. Komm, 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 komm. Weiter Gas geben. Weiter Gas geben. Snobo. Ah, ja. Nein, ey. Ich durfte nicht hin. Ja, das war ja auch richtig. Aber wenn ich da nochmal dran gekommen bin. Ach, da legt er den Ball auch noch vor. Für Reus. Aber da lässt der Verteidiger sich. Jetzt erstmal. Nicht vom Ball trennen. Äh. Oh, jetzt nochmal über außen. Es gibt nochmal einen Wurf. Ne. Für die hier gibt es falsch. Super. Toll. Ich bin schön gefoult. 57 Minuten. Sind rum. Bunga. Rennst weg vom Ball. Na. Ich mach den dazu. Oh, oh. Hazard am Ball. Ja. Wir sind in der Mitte kriegen. Okay, der Trainer. Der Trainer hat, der hat, ähm, boah, ist unser Trainer die Gelt. Guck dir den an. Du bist gut und ohne Sieg. Ho, ho. Ja, klar. Der Joker, der Joker ist, der Joker, der Joker ist wie du. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Mann. Nein, da bin ich nicht so ernst. Warum scherzt mein Kaffee? Ach, jetzt ist er auch noch schwul geworden. Nichts ginge schwul. Aber er muss nicht für die sein. Was ist denn aus der Kompetenz ausgeschmissen oder was? Nein. So, mal war da weg. Er ruft mir zumindest wieder an. Nein. Oh man ey, Spiel doch mal. Wenn er mal seine Bambusleitung in den Griff hätte, weißt du? Also ey, der ist ganz allein in der Mitte. Ich kriege immer nicht die Spieler. Jawohl, jetzt noch mal. Boah. Scheiße. Irgendwie. Jetzt noch mal. Bunga. Granalo kommt, Sobovic ist auch da. Sobovic. Nein. Nein. Weil ich mich noch einmal komplett drehen musste. Nein. Und immer noch. Der Ultimate NRW das beste Team hier momentan. Auf dem Feld. Von zwei Teams ist das beste. Es ist zu Mäusermelken. Es ist zu Mäusermelken. Aber sie... Ah, Mann ey. Das packt sie euch. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Sind jetzt noch... Genau, in der zweite Luft. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Gas geben. Besser wäre es, wenn 3 an 2 würde. Dann würde ich nochmal, äh... Von der Mittellinie aus loslaufen. oa jungen ja wohl ja wohl ja wohl ja wohl und wie immer ich bin einmal der Ball sofort wieder weg aber da wollte ich derweil noch mal wieder macht der Wunger denn da nach ich wollte ihn anspielen um selten bohrt rot 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 Prozent kommt schmerz und ach nur gelb ja als Häuser weiter da Mai alle hauen sie wieder ab mann richtig doch nicht schlafen kommt der pass der passbung na was machst du denn da ich dachte bleibt stehen nicht denken mann erweitig mir die ganze im trikot dann geht das immer noch weiter aber weiter jetzt hier kommen spiel ist noch nicht vorbei 84 minute ich sehe nämlich nach einem last minute ausgleich der uns dann zum klassenerhalt bringt ja hierher 8 zweikämpfer r neue kommt 9 1 9 die mann er hat schon vibriert es gibt es doch das ist ein das ist ein das ist ein das nennt der Abitur mein Gott aber das ist nicht wahr ist das ein Kampf neun und acht bis die Minute alles nochmal nach vorne werfen ist egal jetzt jetzt auch nehm ruhig mein Gott ist das eine Wurst ehrlich ich bin aber auch ne Scheiße da mei ich bin mir nur nachspitzt hat 4 4 das ist schonmal komm 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 und geht entschlossen dazwischen ja boah es gibt noch mal ne Ecke jetzt komm noch mal alles alles nach vorne das ist unser Tor ist da äh guck mal ich hab einen Robben eh nein nicht Robben warte ich komm rein ich komm rein ich komm rein ooooh neunzig ist der Minute ich seh nämlich nach einem Treffer das hab ich gesagt aber das ist schweizestein meine Güte der spielt aber auch eine Scheiße da immer das ist unglaublich letztes Spiel unter aller Sau mach links zu mach links zu da das war ein paar Minuten niemals schiebt reihe es war ich gar nicht mehr verdient wird wird nun mal ganz englisch die Reyes Dominguez äh und hab ich auch gesagt den Spiel entscheidender Mann Granato wollte heute nicht treffen da waren Pfosten Schüsse dabei da waren Schüsse dabei die gingen ganz knapp am Tor vorbei nein das 1-0 noch mal ach ne doch das war das 1-0 dieses schöne Tor von Reyes Dominguez ich gucke mal was ich noch an Leistung brauche mhm der dann auch voll mit Schuss von Granato der ganz knapp das Ziel verfehlt er das ist das neue Griechen schlussendet geschenkt warum er fehlt immer noch ein Schüsse und auch von neun Stück aufs Tor gebracht wieder geführt werden sie immer noch einen Schuss sein eine Elfmeter Tor wird mir noch körperlich ist im Endeffekt nach zwei Spiele abschließt man hat lange gekriegt drei Flanken zur Vorlage o ich krieg noch wenn ich noch mehr Spiele abschließt dann krieg ich Björn Inge Daniels ne oh passen brauche ich nur noch eine Leistung Feinbruch Wasserschneider hol die Tore innerhalb des 16ers zwei Stück fehlen mir noch schießen 11 Meter Tore 13 von 15 Tore aus 27,4 Meter Entfernung 5 von 6 noch drei Spiele können wir noch aufsteigen wenn wir alle drei gewinnen können wir noch aufsteigen also wir haben das Spiel dank Snobovic hier heute wieder verloren auch mit dem Unentschieden können wir noch aufsteigen ja aber ich würd sagen das war's wieder und wir versuchen den dritten Anlauf jetzt endlich den Klassener zu schaffen ihr werdet wahrscheinlich dabei sein ich geh mal ganz stark davon aus und ich seh' uns dann im nächsten Part wieder also hau da rein und tschausen